So, willkommen, Freunde, zurück zu Minecraft hier wieder. Ähm... Moment. Gut, ähm, ja, wir sind wieder mit Patrick hier. Wuhu! Der im letzten Part einen Herzinfarkt erlitten hat. Ich nehme dich in den Schuh. Das war mega cool, ey. So, lass uns weitergehen. Hier die Höhle. Wir haben uns hier jetzt eingenästet ein bisschen. Haben wir, ähm, uns zu essen gemacht. Und, ja, schauen jetzt einfach mal weiter. Was wir hier noch so finden werden. Der Creeper... Da hat ein Zombie eine Rüstung, Mann. Der hat eine bessere Rüstung als ich, ein Hirn-Toter. Wow. Das war geplant. Okay. So, hier... Oh, ist das eine Riesenhöhle. Das ist ja mega. Oh, da kommt noch ein Creeper. Hier sind sehr viele... Wow. Hä? Was war denn das für eine Aktion gerade? Was? Das war immer strange. Der Creeper ist gerade in die Luft gegangen, aber er ist nicht ex-wissen, sondern er hat diesen, diesen Blow-Effekt gehabt, so aufgeblasen war. Dann bin ich hingegangen, ist er dann erst in die Luft gegangen. So, als hätte ich das gewusst. Vor dir hinter dir, vor dir hinter dir. Das habe ich gar nicht gesehen, sorry. Absichtlich mal einen Joghurt, was ging auch aufgehend, gegen Blähungen hilft. Da haben wir sich aufgeschlägt. Aktivier. Aktivier. Aktivier? Genau. Oder, ja cool, es regt den Daumen an. Also. Mein Gott, du musst der Dünnschüsse haben, bis der platzt. Der hat bestimmt einen Korken im Arsch. So. Ah, Kohle müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Ach komm, nee, Kohle haben ja so viel. Ich denke, die anderen haben auch so viel Kohle. Hey, hier ist ein Bogen, falls du einen willst. Hat er getroppt? Ich bin doch nie... Nee, mit 15 FPS bringt Bögen nichts. Oh, hast du so wenig? Das ist scheiße. Das Ding liegt aber bei mir. Ich habe Firefox offen und so. Ah, okay. Ähm. Wie geht's? Gut. Komm her mit dem Bogen. Dort ist ein perfektes Ziel für dich. Aber hier müssen irgendwo... Ah, jetzt komm ich dann nicht hoch. Scharf schützen. Komm mal. Wo denn? Dort nach der. Hey. Weiß ich, dass wir hier sind? Pst. Nicht so laut, er rechnet damit nicht. Voila! Wo bist du? Na oben. Ich bin Robin Hood, Stecher der Witwen und Weißen. So. Bam. Das ist eine Pfeile. Dankeschön. Hi Ron. Ah, zwei Zombies. Ich glaube, hier ist echt eben ein Spawner. Ja, fühlt sich so an, oder? Die Welt ist total... Ich glaube, ich glaube es ganz gut gerade. Ist ja blöd, ey. Das ist mies. Die können nicht weg. Das ist echt mies. Boah, Achtung ist das... Boah, ist das ein... Alter Schwede. In der Tiefe ist man direkt tot. Also... Ja, da... Lieber nicht... Nee, komm, wir bauen uns in die Wand rein, oder? Ich würde gerade rüberspringen, um die EP zu holen. Dumme Idee. Ciao, Radimo! 15 FPS. Nee, lass uns mal runtergraben einfach und dann wieder hochbauen. Wollt man das nicht tun, ausgerechnet das? Was? Achso, ja, warte eben. Ich hole hier eben noch Eisen. Hier ist noch eine schöne Ecke. Boah, sind ja viele EP da unten. Das ist ja krass. Haben sie das auch irgendwie angehoben, ne? Wahrscheinlich. Ja, das sieht so aus, ja. Ja, toll. Oh, sorry. Ja, gar wohl eben. Jetzt können wir nicht mehr bauen. Nicht nach unten graben, nicht nach unten graben. Hopla. Boah, erschreckt mich dann nicht so. Boah, du kannst runter springen, Mann, der will jetzt aber erschrecken mich nicht so. So. Ich hätte im Minecraft-Zauch auf 100% jetzt mal das Baby erleben müssen. So, ich muss doch wieder Fackeln bauen, ey. Boah, wie viel Kohl hier ist, ey. Das ist doch echt krank. Wie viele Slots hast du noch frei? Ich glaube, ich könnte sogar noch was wegschmeißen. Ich hab noch einen ganzen Tag frei. Ich kann das alles tragen. Ein Spinden-Zapling. Für was brauche ich jetzt ein Zapling, verdammte Kacke? Rauchen. Rauchen. Zapling rauchen. Wenn du aus mir ein großer und starker Baum wirst, ne? Wow, die Stucki ist sehr viel Kohle. Creeper! Alter Schwede, ey. Boah, Mann, schleicht die Sau sich einfach von innen an. Also hier gelten ich für drei Regeln. Ich geb dir Rückendeckpunkt und du baust ab. Ohne Witz. Oder wir müssen da echt irgendwie was hinbauen, ey. Ja, bau ab. Ne, ist alles abgebaut. Wir müssen echt aufpassen jetzt. Ne, war nicht. Hier ist noch was. Hier ist noch Eisen. Oh, Achtung. Hier ist noch Eisen. Echt? Das hab ich nicht gesehen. Dank dem Creeper. Ah, cool. Danke, Creeper. So. Jetzt muss ich aber erstmal wieder Fackeln machen. Hast du noch genug Fackeln? Ja. Wie wär's, wenn wir so eine neue Textur machen? Die Pfeile sind jetzt Activia-Dosen, die wir auf den schießen, ne? What the f... Das ist gut, ja. Das war geplant. Wo bist du denn? Am Arsch bin ich. Hä, was ist denn passiert, Mann? Dreiecke, Skelette. Ach, du bist da unten. Creeper. Fuck, 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 fuck. Da bist du. Ostroad. Hier ist ein Spawner. Spawner, Spawner. Da bist du. Okay, warte, 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 warte. Ich glaub, ich bin jetzt tot. Ne, 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 ne. Lauf, lauf. Mit dem Legs kann man nicht wirklich laufen. Ich schieß den Ding jetzt ab. Der Skelett ist tot. Der Zombie gleich auch. Ich hab jetzt kein Ding jetzt mehr. Ich komme, ich komme. Ich bin wieder einigermaßen. Boah, der Zombie hat gerade gerannt. Boah, aber wie viel Pfeile du im Körper hast, Mann? What the f... Oh, komm, ich spinne jetzt her. Verdammte Kacke. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Achtung, bau den Spawner, bau den Spawner ab. Sorry, ne, ich muss gerade hier. So, Spawner ist weg. Wir müssen uns einbauen, wir müssen uns hier einbauen, Mann. Zumann, 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 zumann. Vorsicht, die müssen plagen. Was ist denn da drin, Mann? Ah, ne Musikdisk, das ist gut. Die brauchen wir, die sammle ich. Einen Sattel, den haben wir, einen Sattel haben wir, glaube ich, genug. Aber der Couplestone wäre ganz gut, glaube ich. Und Slimes höre ich gerade. Ach so, ich werde mal eben mal ganz Müll weg. Slimes soll auch mehr geben, habe ich gehört. Schleim. So, ich glaube, hier tun wir mal ein bisschen Müll rein, einfach so. Federn, komm, Federn nehmen wir mit für Pfeile. Knochen lassen wir mit einem Auge mit. Wolle brauchen wir nicht, das Holz brauchen wir nicht. Ich habe zwei Kugeln bekommen. Nur ein großer Raum, ich brauche nur einen Block auf und plötzlich ist da so eine Slime-Fresse direkt vor mir und springt mich an. Warte, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich habe hier was für dich. Da. Ich hatte noch voll viele, aber danke. Ja, ich habe auch noch einen ganzen Stack jetzt. 62. Die Diska hast du mitgenommen? Ne, die habe ich, okay. Nope. Die Kabelzone lassen wir da, das macht jetzt nichts. Wir gehen nicht raus. Samen nehmen auch. Ja, echt nicht. Wir müssen raus. Vier Creeper. Ja, warte, ich habe da Pfeile, glaube ich, oder? Ne, habe ich nicht. Stell dich mal hier hin. Habe ich nicht. Pfeile. Ich glaube, ich hatte, ich habe, ne, ich habe meinen Knochen. Ne, ich habe gar nichts. Pfeile, was braucht man dafür nochmal? Federn, Flint. Moment, lass uns mal hier. Komm mal mit, komm mal mit. Flint ist doof. Ist das ein Minis? Ja, weg hier. Ist das ein Miniskelett da unten gerade? Warte mal, kommen die da hoch? Das ist so krass, ey, wie pflanzt sich denn dein Skelett fort? Sag mir das mal. Sag doch, du hast ein Pfeile. Du hast einen Pfeile im Arsch. Ich am Arsch? Ne, in deiner Hand. Sag halt aus wie in deiner Arsch. Sag in deiner Hand. Die machen sich da alle unten selber kaputt. Cool. Hä? Was, jetzt echt? Oh, oh. Vorsicht, nicht für mich reinrennen. Mach du das, mach du das. Da ist noch ein Creeper. Creeper, geh mal hoch für mich, danke. Toll. You had one job. Warte mal, ich guck gleich mal ganz kurz, wie lang der Part geht. Kannst du mir Rückendeck ein Creeper geben? Ja, kann ich. Nach zwei, äh, fast drei Minuten, okay, das ist gut. Nur um mal einen kleinen Überblick zu haben, dass wir uns hier nicht vollkommen verirren. Da ist noch überall Eisen, das ist sehr gut. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Jackpot. Boah, hier viel Eisen. Eisen, Eisen, Eisen überall. So, aber wir lassen das mal nach unten gehen, oder? Ich würde sagen, nach unten ziemlich vorsicht, vorsicht. Oh, what the f... Nein! Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Boah, Alter, Alter, Alter. Das war mir mega knapp gerade. Hier da oben, Gold. Unnütze Server hier in dem Spiel. Na, das ist schick auch nicht. Ach, Fledermaus. I bought myself some. Shit, let's go. Stimmt, das erinnert mich da auch immer dran. So, Wasser erstmal wegmachen. Hier ist sogar gar nicht mal so wenig. Vier Stück. Ich glaube, hier haben die Rohstoffe ein bisschen aufgemotzt, habe ich so das Gefühl. Oh, geiler Cave. Komm mal zu... Wollen wir nicht mal erstmal einen nach dem anderen machen? Hier sind zehn Tunnelsysteme angeknüpft. Wie ein nach dem anderen. Du rennst immer unten. Ja, einen Moment, ich komm, ich komm zu dir. Hier ist, äh, unendlich, Moment. Kennst du die unendliche Geschichte? Ja, hab ich früher oft geguckt. Ja, megageiler Film. Was für die Kindheit, ja. Da hinten geht's auch noch lang? Seid noch nie mit. Ja, ich geh mit. Ich geh mit. Jetzt mal hier Fackeln hinsetzen. Eisen. Und... Alter! Schlucht, ey! Auch gerade gedacht, voll geil, ne? Sieht geil aus, ja? Ich hoffe mir doch. So, es geht nicht. Du und ich, wer gewinnt. So. Sehr cool. Hier müssen eigentlich Diamanten sein. Da ist Eisen noch, da oben. Ja, erst mal merken, wo wir herkommen. Ja, die Fackel da hinten. Merken wir uns einfach. Das Witzige war, wir haben uns ja in der Höhle nach unten gegraben. Und dann haben wir noch ein Höhlensystem gefunden. Das heißt, wir können dann nochmal nach oben graben. Heißt, da oben, wo wir hergekommen sind, ist ja auch noch mehr. Das ist ja richtig krass, ey. Was in der Höhle. Lass mal wieder essen. Stimmt. Ich glaube, du müsst ja wieder auf Hardcore Modus. Kann das sein? Warum? WTF? Nee, nee. Das ist normaler Easy Modus. Hä? Was das denn? Ich wollte grad schon was anderes schreien, aber bin noch zurückgehalten zum Glück. Was zur Hölle? Ich bin vergiftet. Äh, ja. Dann S oder so. Stirbst du? Nee, oder? Ja. Bin ich jetzt. Alter. Es regeneriert sich doch, oder? Nein. Es geht nicht runter. Es ist ja kein Problem. Es ist ja kein Problem. Es ist ja kein Problem. Sorry, was soll ich machen? Ich späne für dich. Ein Tustammett ist doch nicht. Boah. Nein. Nein. Oh, ein Klinger. Letztes halbes Herz, ey. Dann hört's auf. Ah, okay, okay. Das ist aber gewollt. Das ist aber gewollt. Gut, der Part ist vorbei. Das wäre ein geiles Ende gewesen. Diese Hakenase. Alter. Alter, was war das? Witch oder was war das? Ja, toll. Das ist genau ein WoW-Charakter in Minecraft. Was fehlt denn noch hier? Äh, Gnome. Scheiß. Obwohl, ne. Die Gnome habe ich ja heute auf dem Server eingeladen. Also, die fehlen auch nicht. Komm, dann gehen wir mal. Gehen wir mal weiter. Die ganze Kohle brauchen wir hier nicht. Äh, easy. Ich glaube, das war easy. Eins ist doch easy, oder? Hardcore. Nee, eins ist easy, glaube ich, oder? Ähm, null ist peaceful, eins ist easy. Ja, voll lecker. Schreibst Hardcore and left the game. Das ist voll gut. Den Alian will eh keiner auf dem Server haben. Nee, komm, Alian, du verstehst das. Obama. Hier ist nix. Ach, das war gar nicht der... Ach, das war... sorry, das war gar nicht der Alian. Das war ja der Toni, der gerade ohnehin ist. Ähm... Ach, hier geht's auch noch weiter? Nee, hier ist auch noch Kohle. So, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Warte mal, das war doch hier irgendwo, oder? Ja. Ja. Genau, genau. So, dann gucken wir mal weiter. Oh! So gut. Der ist auch noch Eisen da oben. Aber jetzt läuft der Server doch recht flüssig, oder? Einigermaßen angeblichen, aber hier ist noch ein Zombie, der mich vertötet. Ich bin... Okay, ich muss mich ganzes... ...gegen... ...generieren hier. Ich bin gleich am Arsch. Brauchst du irgendwas? Zeit. Hahaha. Ja, aber Bläder war uns ja der riesige Zahn an. Äh... Oh, fuck. Äh, Moment. Hey, du hörst dich ja! Oh, ja, ist klar! Auch so ein Kind, der hat einen Kind getötet. So. Was? Oh, fuck. What the f... Wo kommt denn der her? Wo kommt die her? Von oben jetzt. Von oben irgendwo. Ja, nicht mal lange. Hahaha. Du, deine Bläder. Oh, cool, hier ist Eisen. Ich glaube, wir müssen dann mal... ...nach diesem Part... ...der Part ist ja schon vorbei. Oder wollen wir nach dem nächsten Part, sagen wir mal... Ähm... ...mal wieder zurück, oder? Zum Haus, dass wir mal schauen. Ja, gerne erstmal alles wieder an Sicherheit bringen. Okay. Statusbericht an alle. Zeug... Vielleicht haben die anderen mitgedacht. Ne, äh... ...kein Cheat machen wir. Äh... Vielleicht haben... ...haben die ja mitgedacht und haben das Zeug schon in die Drohe abgelegt. Wenn der Frank-Pripper es hochgejagt hat... ...vorher meinte jemand... ...Ups! Hahaha. So tausend Diamanten... Ups! Hahaha. Alles weg. Sorry. Alles gespawnt. Ganz kurz, ich hab hier in Skype angeschrieben. Ja, okay. Nein, ich komm jetzt nicht ins DS. Okay, gut. Ähm... Sehr schön. Hier geht's auch noch nach oben, aber da hab ich keinen Bock drauf. Ja, lass uns mal hier hoch. Lass uns mal hier hoch stacken, dann sparen wir uns die ganze... Wollen wir wirklich hoch? Wir können auch tiefer. Ne, ich würd' sagen wir machen einfach mal hier alles auf dem Level... ...weil... ...wir wissen ja nicht alles, wir können uns ja die Höhlen merken... ...dass du nochmal einen Screenshot vielleicht von der Höhle hier machst. Achso, ne, ich dachte... Jetzt heult der. Was? Der heult. Haben wir Deutsch? Irgendwas für Tudorin? Das ist Alian. Ja, mach ich gar nicht falsch. Der sagt doch immer... ...Jobbus wissen, was der Bobbus ist. Oh Gott, ey. Ne, ne? Sorry. Aber... Doch. Aber... Aber für... Für... Für Chobbus hab ich halt leider keine Whitelist angelegt. Scheiß. Fickt. Fickte Zombies, okay. So. I forgot ein I. Ich glaube, hier war ich grad schon. Ja, hier ist ne Sackgasse. Aber hier ist überall. Wie schön du sie mir betonst. Ähm... Aber hier ist... Hier ist überall Eisen. Das ist cool. Tatsache. Hab ich voll übersehen. Bitteschön. Dongschön. Ich glaube, du hast sogar das Eisen gestackt, oder? Ja, eineinhalb Stacks hab ich. Ne, ein... Ein... Eindrei Viertel. Ja, hier, kannst du noch... Mach mal voll das Stack. Achso, das ist noch was. Dongschön. Boah, ich hab ne Nachricht bekommen. Von... Jetzt hab ich... Zwei... Gut, ich würd sagen, wir gehen mal da jetzt, ähm... Irgendwo in den Raum, wo wir uns absprechen können, dass wir den Part beenden können. Okay, dann... Wollen wir vielleicht im nächsten Part schon nach Hause gehen? Und das wird das... Mach dir grad mal von den Koordinaten hier noch schnell einen Screenshot. Ich krieg dauernde Nachricht von dem... Von, äh... Toni. Gemacht. Sehr schön. Dann können wir da hin und einfach nach unten graben und weitermachen. Genau. Sehr schön, gut. So. Hm. Wir müssen ja nochmal gucken, wie wir wieder hochkommen. Äh, wollen wir... Wir laufen da raus, ne? Ja. Ja. Gut, aber ich würd sagen, das machen wir in... In der nächsten Folge. Und dann machen wir hier einfach kurz ne Pause. Ja, den wird mich langweilen. Genau. Also... Ja, ich würd dann sagen, dann sehen wir uns dann schon oben. Ich denk mal, da wird nicht Spannendes passieren, weil... Wir laufen da hoch und oben laufen wir dann zurück. Und beim Zurücklaufen sehen wir uns wieder. Gut. Dann auf jeden Fall schon mal... Ja, dann müssen wir uns eh hochbauen. Dankeschön fürs Zusehen. Ähm... Und... Ja. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüsschen. So, Freunde. Wir sind wieder da. Zurück in der Villa hier. Ähm... Ja. Hier war ja ziemlich Turbulenzen. Könnte man sagen. Müssen wir mal schauen, wie wir das das nächste Mal regeln. Und jetzt müssen wir erstmal hier die... Drohnen hinbauen für... Die Beute. Könnte man sagen. Wo bauen wir die denn hin? Wollen wir die hier hinbauen? Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ähm... Ja, baue es einfach mal hier hin. Die waren noch nie... Creeper eigentlich. Oh stimmt. Was ist denn die bitte? Ja. So, und beim nächsten Mal... Ähm... Müssen einfach die Leute, die... Jetzt hier dabei waren. Ähm... Ihr Zeug ablegen. Hier reinlegen. Nein, ne die... Hast du Diamanten genommen? Nö. Hä? Wo sind die Diamanten dann? Ah, die sind da. Ach so, die sind da. Ich hab gedacht. Das ist ja die Kohle reingetan, Alter. Ach, die Kohle den Platz von den Diamanten weggenommen. Ich hab mir gedacht, du hast die Kohle gegen die Diamanten ersetzt, Dave. Okay. Ähm... Ja, müssen wir einfach mal schauen. Was machen wir denn jetzt noch? Ähm... Ich weiß nicht genau. Vielleicht mal alles überprüfen hier ein bisschen. Lass uns doch einfach so machen, dass wir das hier anders... Ja komm, wir kleben das hier einfach ans Ende vom letzten Part dran. Weil jetzt noch mal einen ganzen Part da draus machen mit dummen Gelaber, das bringt ja nix. Ah, jetzt hab ich da schon wieder nicht drauf geachtet, ey. Ähm... Dass er geht. So, okay. Gut, dann... Kannst du verändern, wenn du möchtest. Ne, ne, das passt so. Das ist deine Unterschrift, könnte man sagen. Ähm... Gut, dann würde ich sagen... Jetzt nochmal hier... Dankeschön fürs Zusehen. Ich tue jetzt mal die... Die Dingels hier rein. Wir müssen... Denk mal dran. Wir müssen beide dran denken, dass äh... Die Schilder da wieder neu gemacht werden mit dem Kürbis. Genau. Weil die beiden... Die beiden denen die Schilder gehören, die waren auch heute dabei. Die können dann nochmal neues machen. Kätzchen! Ach du hast das Ding repariert? Ding? Die Maschine hier? Cobblestone Generator? Ja. Geil. Sehr schön. Okay. Mal schauen. Ja, komm her. Okay, schau ich mal. Mega cool. 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 Genial. Gut. Dann ähm... Dankeschön fürs Mitmachen, Patrick. Ähm... Und... Ja. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe es hat euch hier beim Spielen. Spaß gemacht beim Zusehen. Spaß gemacht. Ich hoffe es hat dir. Spaß gemacht, Patrick. Und... Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bei hoffentlich nicht so ganz schlimmen Gewitter wie jetzt. Bis dann! Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran. Bis dann! Leute, du... Log erfahrional Dave. Selbst ist alles einfach unten, und wir sagen. овой 부� ağорот